hallo und herzlich willkommen zurück im hautenland nochmals an dieser stelle auch erwähnt fallout new vegas das neue let's play auf meinem youtube kanal ich werde das nicht streamen weil die bitrate sonst so hoch wäre dass ich das da draußen kaum einer anschauen willkommen zurück im hautenland nochmals an dieser stelle auch erwähnt dann höre ich mich auch nicht mehr sehr schön und ich habe noch ein bisschen maestro den ich verteilen kann und den ganzen keller voll ressourcen der sich da gerade hoffentlich nirgendwo staut sieht heute ein bisschen schwammig aus oder habe ich nur so eine schwammige optik wahrscheinlich habe ich nur so eine schwammige optik ja wenn ich den faktor erhöhe dann baut sich langsamer auf komischerweise chunk updates pro tic oder pro frame genau pro frame und zu einstellen meiner ist jetzt bei zwei wenn ich den auf drei stellt ist doof höhe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert huiuiui huiui oh ja da fällt es schon hinten raus den habe ich oben in die kiste geschmissen und das wird dann abgeschnorchelt habe ich letzte tage auch gezeigt wie die technik backstage aussieht was in staub ja der staub wandert dann hier rüber und verteilt sich dann auf die entsprechenden öfen ja automatisierung at its best jetzt schmeiße ich die da nochmal rein tja wenn das dann all fertig ist warum wird das nicht weiterverarbeitet warum geht das da nicht rein das gibt es doch nicht ach das ist ja weil das hier in diesem blastofen auch angeschlossen ist macht aber nix staub wird auch in die kisten verteilt äh blättchen habe ich hier kannst du auch behalten so viele müssten da nicht mehr sein ja mal gucken das sieht aber noch gut aus wie es ist ja bei den sachen die ich hier baue da braucht man schon mal ein bisschen ressourcen wie gesagt das wandert dann alles hier über den rücklauf hier und dann in die kisten und da kommt es auch schon an ja erstmal ein apfel essen und dann glaube ich gehe ich mal maisto und verteilen ich habe ja noch ein bisschen auf tasche wo ich da gestern noch so einen spaß dran hatte werde ich heute auch nochmal ins twilight gehen und nochmal mehr abbauen ich bin gespannt ob die maschinerie geladen bleibt während ich da hinten die steinchen verteile ja klatschsich vor'm baum jyppi Ich glaube da hinten war ich stehen geblieben Obwohl, naja Spielt keine Rolle Erstmal Äpfelchen Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das noch geladen bleibt Da hinten Naja Egal Erstmal hier den Mähstone hinpflanzen Erstmal schön alles Ganze grün mit Beton zu machen Wie üblich Wo sah er hin? Ich hab ihn zerstört Gibt's gar nicht Apropos gibt's gar nicht Es gibt aber tatsächlich eine ganz minimale Chance, dass aus einem Ei vier Hühner spawnen Das ist mir ja bisher einmal geglückt Da hab ich sogar Videobeweis In dieser Survival Hütte Ja gut, das ist natürlich schlecht Skorpion Skorpion Müsst du nochmal Eiskorpione jagen Wie wir endlich den Brustpanzer bauen können Mir fehlen ja nur noch ein oder zwei Chitin Und da geht die Sonne unter Da hab ich denn noch alles lustiges im Minotar Nichts weiter eigentlich Pack ich die Melonen mal hier rüber Ist zwar doof, aber lässt sich nicht ändern Und dann Ab ins Twilight Ah, super Ne, heute ist mir nicht nach wegen Dimension 7 scheint nun die Sonne Ich sollte Sunblocker auftragen Ja, es sind nur noch ein paar Meter Da ist noch reichlich Da auch noch Obwohl überall schöne Wasserfälle Oh, und da kommt schon der Bedrock durch So wie ich das sehe Ja So ist es Was nun? Achso Hä? Hä? Hallo Ähm Tastatur Hallo? Hallo? Ah Oh Ja Geht Komisch Kleine Aussätze am Eingabegerät Da ist gerade ein Werwolf scharf auf einen lila Bock Oh, keine Fackeln dabei Na komm her Hallo Da habe ich mal keine Fackeln Oh Da hinten ist noch einer Hallo Hallo Oh, Entschuldigung Da habe ich doch direkt mal was kaputt gemacht hier Das ist echt gut Nein Oh, gar nicht gut So Wasser ist schon mal weg Pfeile hätte ich auch mal mitnehmen können eigentlich Boah Oh Fuck Ja Ja, mit denen ist nicht gut Kischen essen. Wo kommen denn die Spinnen her? Ich glaube, die sind da festgespawnt irgendwie. Noch ein Flabber. Eine Fräse. Gitter. Ja, auch die brauche ich. Über diese Flabber. Noch einer. Qua! Das kann eigentlich nur Drusomon sein. Jetzt mal schön alles ausräumen. Ja komm, du kriegst auch noch was ab. Ah, Drusomon macht Werbung für seinen Server. Der im Moment ohne Whitelist läuft. In 164. Ja, das wird nicht mit der Karte funktionieren. Ja. Der kann sich das mal angucken gerne. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Sei es jetzt A bei YouTube oder B bei Twitch. Da könnt ihr mal gucken, wie lange ich brauche, bis ich zum Mond fliegen kann. Okay, also da ist jetzt auch Galacticraft mit drin. Ja, wie gesagt, das geht nicht. Bisher jedenfalls. Ja. Oh, ein Creeper. Hallo Creeper. Ja. Ja. Oh. Ja. 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 Oh. Hier fallen auch irgendwo Viecher von oben runter. Mehr Fackeln könnte ich auch gebrauchen. Das Inventar ist gleich schon wieder voll. Nehmen wir die Augen weg. Braucht man doch nicht. Aua! Oh da ist noch einer. Hallo? Na komm her, meine kleine Kuhfreund. Na. Klub. So, wie sieht's aus? Ah, hier ist auch wieder. Flumper Quatsch drin. Hallo? Oh, schon Level 15. Ja, das ging ja jetzt flott. Das ging jetzt ja flott. Da geht's raus. Bist du da mal ein Schildchen machen oder so? Wohl Ausgänge sind ja genug. Man geht halt nicht. Ah, jetzt ja. Wah. Wer es lesen kann, kann sich ja mal die IP aufschreiben. Das scheint irgendeine Hamachi IP zu sein. 5.62.98.175. Doppelpunkt 8123. Die Dün-Map. Wie gesagt, wie er sich die Packs runterladen kann, findet man in der Beschreibung jeweils. Bei Twitch. Und, äh, unter, ja. In den Videobeschreibungen bei YouTube. Ja. Was hat es mir hier gebracht? Schön, wir haben ein paar Sticks. Sehr gut. Äh, Eisen habe ich sogar direkt auf Tasche mitgenommen. Da kann ich ja mal ein paar... Okay, hier haben wir ein paar... Obwohl, da kommt permanent Nikolait. Ich muss gleich in einen anderen schmeißen. So, da das. Äh, Pizza. Äh, jetzt Schleimbälle. Äh, wie viel? Okay, 25 Schleimbälle. Ach, das ist eine Nitrado-IP. Okay. Fünfpunkt ist sowieso ein ganz übler Adressraum. Verwendet man eigentlich nicht. Aus irgendwelchen, keine Ahnung, nostalgischen Gründen. Ist genau wie in dem Podcast. Ich weiß gar nicht, äh, in welchem das war. Da hat auch einer davon erzählt, äh, ihm gehört die IP irgendwie, äh, 192, 168, äh, 1, 1. Und, äh, jeder, der dann seine Host-Adresse falsch eingibt, der landet dann halt bei ihm. Und sagt da, wenn er an die IP einen Router dranhängt, dann flackert einmal kurz das Lämpchen. Und dann war's das. Äh, kann ich mir vorstellen. Also, ja. Ja. Ja, 78. Was? 78 Äpfel. Oder begann deine IP-Adresse mit 78? Ähm. Mosaik, 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 Mosaik. Reichlich Cracked Maestro Ambrick. Ich lade das alles erstmal hier ab. Die Gitter packe ich mir in den Rucksack. Äh, in den anderen. Muss ja auch lustig aussehen, wenn dann da einer rumrennt mit zwei Rucksäcken und voll beladen. Achso, ja, 78 Punkt irgendwas. Keine Ahnung, wer das ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass in Zeiten von IP-Knappheit auch so ein 5er-Adressraum belegt wird mit irgendwas offiziellem. Jetzt habe ich schon wieder keine Fackeln mitgenommen, ich doof. Da habe ich auch keiner mehr, da habe ich auch keiner mehr. Ich muss nochmal zurück. Und da hinten ist schon wieder so ein böses Vieh, das mir ans Leder will. Sind hier noch Fackeln? Jo, reichlich. Ähm, so rum. Pfeile sind hier leider nicht drin. Das ist schade. Du hast nicht gesehen, dass das kommt. Wie geht's it? So, und weiter geht's. Sollte mal hier oben alles wegknuppern. Einfach mal so lange drängen. Und wieder zurück. Das gibt reichlich Mailstone. Sollte mal hier oben. Das ist fast schon zu einfach. Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass ich früher mit Sprengstoff rumgerannt bin, um dann da irgendwie ein paar Steinchen wegzuballern. Ist das ja schon Kindergeburtstag. Doch. Und das ist auch eine Spitzhacke. Da brauchst du, äh, wie war das? Drei Diamantblöcke. Dann, äh, zweimal Magma Cream. Und der Stiel ist aus Eisen. Ja, die muss man sich zusammencraften. Da muss man dann, äh, hingehen. Und, ähm, so eine Rute, so eine Lohnrute pulverisieren, meine ich. Und dann, äh, zusammen mit einem Schleimball machen. Dann hast du diese Magma Cream, glaub ich. So, aber dann können wir ja mal eben gucken. Au, au. Wenn ich hier erstmal Familie Flabber fertig gemacht hab. Ist also schon ziemlich umständlich. Aber geht halt. So Wallonenruten kriegst du halt hier auch im Twilight an. In den Kisten. Das ist schon ziemlich gut. Da brauchst du dann halt nicht unbedingt durch ein Nether rennen, um da irgendwelche Dinger platt zu machen. Was wir aber natürlich auch schon gemacht haben. Äh, so, nee, äh, ja. Mach mal Creme. Ja, Lohnstopp, also muss eine Lohnrute. Und, äh, so. Dann hast du das. Und mit einem Schleimball hast du Magma Creme. Und, äh, dann kann man sich die Extreme Pickaxe bauen. Oh, 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 so ein Feuerkäfer. Scheiße. Weg, 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 weg. Puh. Ich hab dir erstmal was essen. Ja, aber dann weiß ich schon, was mich da gleich unten gebotet. Und ich... Ja, meine, die hat jetzt immer, immer noch 94.894, äh, Pics zu machen. Und, äh... Schau, wenn man die einmal nur nutzt. Das war ein Stein weg macht. Per... Per Rechtsklick dann wieder aufladen sogar. Aber jetzt scheint das nicht mehr zu funktionieren. So, sieht wieder gut aus. Machen wir direkt ihn hier platt. Ja... Feuervogel, ey. Au, Creeper. Oh, kommt hier ein Gesocks an, ey. Jetzt habt euch doch nicht so. Oh, ich zerleg nur eure Bude komplett. Das wird ja wohl mal drinnen sitzen. So, jetzt werden wir das hier mal weiträumig öffnen. Und dann noch mal ein paar Feuern setzen. Wir sehen uns auf euch. ... ... ... ... So, nächste Kiste weg, zack, zack. Zack, nirgends wo mehr was drin, naja, komm her, ne, irgendein Spinnfäden brauche ich nicht, oh, ist schon wieder so ein Flabber. Level 21, das ist der einzige Vorteil an diesen Gummifiechern, man erhält unheimlich viele Erfahrungspunkte. Ah, 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 oh. Zack, nirgends wo mehr was drin. Tuch. Und noch ein Schlabber. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. Oh, ah. So, viel mehr Platz habe ich da auch wieder nicht. Schon wieder 36 Schleimbälle. Da oben ist das Schwein. Ich trau dem Schwein nicht. Und noch immer die Tür zu. Ähm. Hier ist der und hier ist der und hier ist der und hier ist der und sehr schön, sehr schön. Brick. So, das Holz kommt hier rein. Zack, zack, zack. So, du kannst ja so ein Schleimbälle geben. schon wieder einiges an diamanten ausgespuckt jetzt kann ich auch mal reinschmeißen oder so macht was verkehren die schmeiße ich unten in recycler die kiste schon wieder ordentlich gefüllt sehr gut schön weitermachen ich gehe noch mal eine runde keine nachgekommen schade schade tatsächlich machen immer so langsam ein bisschen kohle rüber im wahrsten sinne des wortes der klämpchen sollte reichen der klämpchen fangen wir an das war hier der tolls weg blub 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Sollte noch mal ein paar Fackeln setzen Ah, ein bisschen Kuhfreund Ups, Entschuldigung Du könntest mal eben auf die Twitch-Seite gehen Und dann mal nach Galileo suchen Ob das noch läuft Oder ob die inzwischen aufgegeben haben Twitch.tv Ja, genau Ja, dann ist es immer noch live Das ist ja mal interessant So könnt ihr euch Auch ungefähr ein Datum denken Wenn ihr es im Nachhinein bei YouTube guckt Das gibt's dann wahrscheinlich Oder war dann schon im Fernsehen wahrscheinlich Weil da machen mehrere Leute Ein Experiment Wie lange man durchhalten kann Zu zocken Unter anderem auch Mit dem Fabian Siegesmund Dem alten Battle-Bro Ja, konnte man da jetzt was sehen? Ja, es ist schon doch noch ein bisschen gefährlich hier Ja, es ist schon doch auch ein bisschen Ah, schon wieder der nächste Griefer. Boah, das kann nicht sein. Nein. 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 Jetzt hakt meine Tastatur wieder. Ja, das kann nicht sein. Meeresrauschen. Schöne Maystone hier abbaggern. Zack, weg ist er. Der Inventar ist auch schon fast wieder voll. Oh. Na dann kommen wir her, mein Freund. Noch einer. Oh, noch zwei, hallo. Das hast du dir so gedacht. Tatsächlich schon wieder das Inventar voll. Kann ich die noch? Yes. Alles hier. Mal ganz sportlich alles abgetragen. Oh, mal gucken wie die Kiste jetzt aussieht. Wahrscheinlich quillt sie über. Oh, Kiste voll. Das ist schlecht. Ich werde schon mal das Inventar vollknallen. Schisselt. Die Kucksack. Schisselt brauche ich nicht. Hat er einen Recycler. Nein. Fehler. Ja. Da kommen wir gleich zu. Oh ja. Was ich gesagt habe. Packen wir das mal so lange da rein. Dann haben wir hier noch Pilze. Galore. Die fucken kann ich mal da rüberpacken. Und anstelle dessen haben wir einen ganzen Stick Maystone. Und immer wieder schön Iris mitnehmen nach Hause. Drei. Uhm. Wah! Oh. Oh! 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 Prozent will nur hoffen dass nix rausgefallen ist Prozent da habe ich auch noch Sticks sehr gut Wenn ich mich mal rrrr... rrrrüberporten... Kann ich den Redstone hier abladen? Oh, ich muss bald mal Lapis-Blöcke machen. Das gibt's doch nicht. Heute ist der Wurm drin. So, jetzt geht's wieder. Ich nur Kupfer mitgenommen, naja. Kann ich mich eigentlich auch mal blank ziehen? Ha! Ha! so wie sieht es hier aus quillts über oder geht es noch ich würde sagen läuft kommen sie auch nicht ins gehege ich soll schon mal was Ja, das ist natürlich die Gefahr. Wenn dann zu viel kommt, dann ist auch der schnellste Induktionsofen überfordert. So, da bewegen sie sich die metallischen Massen. Da kommt auch schon der Nachschub. Das werden wieder einige Sticks werden. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den Meister und jetzt... Ah. Hi, Fiete. Mir geht's gut. Danke, wie geht es dir? Den Meister und den werde ich mir mal sparen noch. Jetzt muss ich, glaube ich, die Kiste im Twilight leer machen. Ja, aber hilft ja alles nix. Vor allem mein ganzer Mosaik. Dann kann ich die Kiste auch mal voll machen. Hast du ja nicht noch Bedarf an Mosaik? Ich wollte ja sowieso mal nen Vorschlag machen. Ja, mach doch mal nen Vorschlag. Ja, ähm, in Berchtesgaden, da gibt es zwei Orte, die extra zum Austausch von Dingen, die man zum Beispiel zu viel hat, da sind. Und da gibt es nämlich einmal diesen ausgehüllten Berg, wo es wieder hier irgendwo ein Tor oben hat. Ich sage, man kann ja Kiste drin stellen, aber dann müsste ich es zum Beispiel... Kea. Okay. Ja, das sind die beiden Austauschpunkte, aber du hältst dich ja nie woanders auf. Da, woher soll ich... Woher soll ich wissen, dass das Ikea ein Aufnahme... Ja, ich denke, das ist ein Lager von euch. Und wenn ich da ne Diamantkiste voll nur Meister da rein haue, äh... Ich hab dann Platz da auch auseinander. Ja, dann kann ich es auch hier lassen, aber euch nicht hin und her schleppen. Wofür... Ja, bei mir kann man sich ja auch bedienen, ich sag ja gar nichts. Doch, ach komm, erzähl doch nicht. Wir haben ja auch das Haus beim Survivalen angefangen, zum Beispiel. Aua! Doch! Also, ich war in der Zwischenzeit schon mal da, aber das, äh, was Cyrus da angefangen hat, da dieser Backsteinbau aus Slopes, der ist mal selten hässlich und passt da überhaupt nicht hin. Ja, den er da direkt davor gebaut hat. Ja, das sollte ja mit WorldEdit nicht so schwer sein. Ja, sicher. Ja, sicher. Ich glaube, war der mir gemacht, da sah nichts mehr aus und das bisschen Stein, ja mal ehrlich. Aber es ist... Aber es ist... Also, ich find's echt nicht schön. Nee. Es ist total nett. Wahrscheinlich wir gleich der Induktionsofen platzen. Hinten wird's rauskullern. So, ich kann mich ja schon mal hier hinstellen. Kupfergalor. Aber dann kann ich wenigstens die Wand im Hochhaus fertig bauen. Ich hatte mir auch oben überlegt, eine Bordüre aus, äh, Goldblöcken. Habe ich auch schon... Drösenwahn sagt auch, abreißen das hässliche Ding. Ein Moment, der an Spannung nicht zu überbieten ist. Ach, Göttchen. Äh... Hallo? Ach, Statua. Ja, äh... Glück auf. Was sollte ich ihm sonst raten? Grüße von Drösen. Ja, ja. Deseh, sicher. Lähne. Nee. Ach... V Oh. Euer Thomas. Uiuiuiui Luxus-Probleme Ich kann ja schonmal prophylaktisch ein bisschen was rausnehmen So So Kann ich mir vielleicht noch ein bisschen Bronze machen bei Gelegenheit Ja Was stehst du hier so rum Kupfer 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 Na komm her Spine Oh sogar zwei Na komm her Zack Halt Kein Aufnahmepunkt für die Schleimbälle mehr Oder er ist voll Das könnte natürlich sein Warum komm ich da jetzt nicht hoch hier Hallo So Jetzt Ah jetzt ja So Für heute soll das mal genug gewesen sein Ich bedanke mich fürs zuschauen Erinnere nochmal an das Let's Play von Fallout New Vegas Das am 1. März Auf meinem YouTube Kanal anfängt Und wenn ihr Spaß hattet Dann schaltet auch morgen wieder ein Bis dahin wünsche ich euch noch einen guten Eine gute Ne irgendwas Ciao Und damit möchte ich mich für heute von euch verabschieden Im Slide oben findet ihr die Playlist Falls ihr die Videos noch nicht kennt Ihr könnt gerne den Andy drücken Um meinen Kanal zu abonnieren Um kein Video zu verpassen Und mit den nötigen Tools unter dem Video Könnt ihr das Video gerne teilen Kommentieren Und favorisieren Bis dann Macht's gut